Was mich am meisten fasziniert ist, dass es sowas gibt wie Erleben. Also es gibt ganz viele Prozesse in meinem Körper, die wir überhaupt nicht mitbekommen, aber Gehirnprozesse sind meistens oder in vielen Fällen auch Prozesse, die wir irgendwie erleben. Und wie all dieser Zusammenhang ist zwischen Erleben und Hirnprozessen, das ist das, was mich am meisten fasziniert.